Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wie schon in anderen Videos angekündigt, möchte ich mal hier in diesem Video berichten von einem Betrugsfall, auf den ich jetzt leider hereingefallen bin. Und zwar in Bezug auf Verkauf von gebrauchten Artikeln auf diversen Portalen, wie zum Beispiel Kleinanzeigen und Co. Ich hatte einen Artikel letztes Jahr angeboten. Ich räume immer mal aus und verkaufe Sachen, die ich nicht mehr brauche, die aber noch einen gewissen Grundwert haben, um sie nicht wegschmeißen zu müssen, um eventuell dann doch nochmal den Dingen ein weiteres Leben zu ermöglichen, sagen wir es einfach mal so. In dem Zuge hatte ich auch eine kleine Action Cam angeboten von der Marke Insta. Hier einige Bilder aus der Aktion oder aus dem Verkauf, die ich gemacht habe. Und hier seht ihr die Kamera, die hatte ich angeboten. Ich hatte die Kamera etwas höher angesetzt, das machen wahrscheinlich die meisten. Ich hatte sie, glaube ich, so irgendwas um die 250 Euro angesetzt und wollte mir dann etwas Verhandlungsspielraum noch nach unten gönnen, sodass man sich dann auch einigen kann und die Kamera dann auch garantiert loskriegt. Ich hatte auch einige Interessenten, mitunter auch einen Interessenten aus Österreich. Und dieser war sehr stark an der Kamera interessiert und hat mich mehrfach angeschrieben. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe einen Grundsatz. Ich verkaufe eigentlich nicht ins Ausland. Diesen Grundsatz predige ich auch immer wieder in meinen Videos. Das heißt, wenn ihr irgendwas kauft oder verkauft, schaut doch erst mal, dass ihr das in Deutschland direkt kaufen könnt und nicht irgendwo aus Ausland ausweichen müsst. Denn wenn ihr das macht, habt ihr immer das Problem, dass die Gegenseite nicht in eurem Land ist. Und das gibt wahnsinnige Probleme, wenn es dann zu Streitereien kommt, besonders wenn es dann zu Anzeigen kommt. Denn die Polizei verfolgt eventuell auch Fälle im Ausland nicht oder nicht so stark. Besonders wenn der Preis oder der Artikelpreis oder der Wert, der Streitwert sehr tief liegt, wird das in der Regel nicht weiter verfolgt. Das wird dann eher für die Akten mehr nur aufgenommen. Das ist leider so. Das liegt auch ein bisschen an dem Beamten, der das bearbeitet. So, wir hatten jetzt hier die Kamera und die Person aus Österreich hat mich mehrfach angeschrieben und wollte die Kamera unbedingt habeln. Sie hat mich sehr stark runtergehandelt. Besonders, der besondere Knackpunkt war hier der Versand. Da der Versand in das Ausland etwas teurer ist, habe ich eigentlich darauf bestanden, dass der Käufer den Versand übernimmt. Er war aber ganz und gar nicht davon begeistert und wollte gerne alles in einem Komplettpreis um die 150 Euro, glaube ich, war es. Das wollte ich aber nicht. Wir haben dann uns schlussendlich irgendwo um die 170 Euro irgendwas geeinigt für den Verkauf plus den Versand. Das war dann auch am 1. Dezember und somit wurde der Artikel dann dementsprechend verkauft. Jetzt ging der Artikel sofort auf die Reise. Ich versuche das immer ziemlich zeitnah loszuschicken, dass das so schnell wie möglich ankommt. Ich biete keine Express-Versand oder ähnliche Dinge an, aber ich versende immer versichert. Ich habe das Paket vor dem Versand gewogen. Das spielt auch nochmal eine wichtige Rolle. So habe ich das Gewicht des Paketes, hier steht es übrigens noch im Kopf, und habe dann das Paket losgeschickt. Dann verging einige Zeit. Ich habe dann eine Rückmeldung bekommen von der Post, dass das Paket zugestellt wurde und gut war es. Am 7. Dezember kam eine Nachricht von dem Käufer. Artikel entspricht nicht den Angaben des Verkäufers. Und der Käufer hat auch gleich bei Payball den Käuferschutz aktiviert. Dazu muss ich auch sagen, der Käufer hat unbedingt vor Kaufabschluss darauf bestanden, dass Payball-Käuferschutz eingeschaltet wird und dass auch per Payball bezahlt wird, inklusive Käuferschutz, was natürlich für mich auch nochmal Gebühren bedeutet hat und die waren auch nicht gerade gering. So, jedenfalls, er hat sofort den Käuferschutz eingeschaltet und die ganze Geschichte schwappte zu Payball über und wir haben uns dann über diesen Käuferschutz, über diese Käuferschutzgeschichte dann nur noch geschrieben oder überwiegend geschrieben. Die Sache wurde an Payball übergeben. Er hat gesagt, ja, die Kamera entspricht nicht der Geschichte. Er möchte sofort sein Geld zurück. Habe ich gesagt, gut, vielleicht weiß ich nicht, was passiert ist. Schickt doch einfach die Kamera an mich zurück. Das wollte er so nicht machen. Das ging einige Male hin und her. Dann wollte er unbedingt auf jeden Fall den Versand, den Rückversand, komplett bezahlt haben. Ich versuchte, Ihnen etwas entgegenzukommen. Ich habe Ihnen eine Teilerstattung des Preises angeboten. Ich habe mit 40 Euro angefangen. Das heißt, 170 Euro hat er bezahlt, inklusive Versand oder Teilversand und Gebühren, die natürlich, ja, das interessiert ihn wahrscheinlich nicht. Da habe ich ihm nochmal 40 Euro angeboten, 40 Euro Preisnachlass, damit er die Kamera behalten kann. Und er hätte dann noch 40 Euro von mir bekommen und hätte dann dementsprechend, wäre die Geschichte erledigt gewesen. Er hat sich nicht darauf eingelassen. Er wollte einfach das ganze Geld bitte sofort zurück haben. Dann habe ich Ihnen gesagt, okay, dann schicke mir doch bitte den Artikel zurück. Somit kann ich überprüfen, was hier faul ist. Und wenn der Artikel hier bei mir ankommt, werde ich dir auf jeden Fall mein Geld sofort zurück erstatten. Auch darauf hat er sich nicht eingelassen. Er wollte auf jeden Fall erstmal das Geld zurück. Und dann hat er gesagt, ja, wenn zurückschicken, dann bitte müsste ich auch die dementsprechenden Versandkosten tragen. Hier hatte ich auch, das kommt noch im weiteren Verlauf des Videos, Kontakt mit Payball. Diese haben mir allerdings auch nochmal gesagt, das war generell ein Fehler, denn ich habe ihm Kosten zurück erstattet. Wenn jemand bei euch einen Artikel kauft und mit Payball bezahlt, ist der Käufer verpflichtet, wenn er den Artikel zurückschickt, diesen Rückversand zu bezahlen. Was danach noch passiert, das ist dann eine andere Geschichte. Da steht aber so in den Payball AGBs drin und daran hat sich auch der Käufer zu halten. Wenn ihr dem Käufer natürlich entgegenkommt und ihm irgendwie Geld dafür gebt, ist das eure Geschichte und ist auch nirgendwo abgesichert. Das heißt, der Käufer muss den Artikel auf seine Kosten zurückschicken. So, dann ging es natürlich weiter mit dem Rückversand. Ich habe ihm dann angeboten, einen Teilrückversand zu bezahlen. 5 bis 6 Euro wäre meiner Meinung nach angemessen gewesen. So hätten wir uns den Versand in etwa geteilt. Auch da hat er sich nicht darauf eingelassen. Und dann ging es so nach und nach auf Weihnachten zu. Und ich habe ihm gesagt, okay, ich bezahle dir den kompletten Rückversand. Einfach, sag mir einfach, was das kosten würde, wenn ich das nach Deutschland zurückversendet haben wollte. Er hat mir dann einen Preis genannt, der lag irgendwo inzwischen 15 und 16 Euro. Die wollte ich ihm bezahlen. Ging aber komischerweise nicht über sein Payball-Konto. Das heißt, ich konnte es ihm nicht direkt aus meinem Payball-Konto bezahlen. Warum das so ist, konnte keiner klären im Nachhinein. Ich habe dann eine andere Zahlmethode genutzt, um das zu bezahlen, was sich auch im Nachhinein als schwerer Fehler herausgestellt hat. Und da habe ich ihm das Geld bezahlt. Er hat dann geschrieben, er hat das Geld bekommen und wollte den Artikel an mich zurückschicken. Das Ganze war dann am 11. Dezember abgehakt. Das heißt, er hatte spätestens am 11. Dezember auf jeden Fall das Geld und wollte mit dem Rückversand beginnen. Wichtig, ich hatte auch im Vorgespräch eine Frist gesetzt. Ich habe ihm eine Frist gesetzt. Bis 20.12.2023 soll er mir bitte meinen Artikel zurückschicken. Das lege ich euch auch zwingend ans Herz. Es setzt immer Fristen und achtet darauf, dass die Fristen immer so gesetzt sind, da sie noch in der Aktionszeit liegen, wo ihr reagieren könnt auf dem Fall. Denn jeder Payball-Fall hat eine gewisse Zeit, die ihr darauf reagieren könnt. In meinem Fall war das Zeitlimit 27. Dezember 2023 und ich habe ihn 20. Dezember als Zeitlimit gesetzt für das Abschicken des Paketes, was er auch nicht eingehalten hat. Ich habe dann erst mal nach dem Geldeingang bei ihm nicht mehr viel von ihm gehört, eigentlich gar nichts mehr. und erst am 27.12. hat er sich wieder gemeldet, hat bei Payball den Versandbeschein eingereicht, die Versandverfolgungsnummer und hat Bescheid gegeben. Das Paket wurde abgeschickt, aber in dem Moment konnte ich dann schon nicht mehr darauf reagieren, da Payball den Fall geschlossen hat. Und wenn der Fall geschlossen ist und an den Payball-Mitarbeiter übergeben wird, könnt ihr als Käufer eigentlich nicht mehr viel machen. Ihr könnt keine Eingaben machen, ihr könnt keine Beweise mehr hinterlegen, ihr könnt nicht mehr schreiben. Das Einzige, was ihr machen könnt, ihr könnt einen Knopf drücken und sofort das Geld freigeben, sodass es die Gegenseite bekommt. Mehr könnt ihr so nicht mehr machen, wenn der Fall soweit geschlossen war oder ist. Er legte bei Payball, kann man ja dann immer so Sachen hochladen, so Beweise hochladen, hat er die Rückversandnummer angegeben, dementsprechende Bilder noch von dem Rückversand gemacht, vom Karton, von der Kamera und der Versand lief. Die Post war relativ zügig und habe mir das Paket noch am 30.12. zugestellt. Da war ich leider nicht da und habe es dann im neuen Jahr geöffnet. Hier auch wieder ein kleiner wichtiger Hinweis. Wenn ihr solche Pakete öffnet, den Fehler habe ich auch gemacht. Ich habe zwar das Paket unter Zeugin geöffnet, noch besser, ihr schaltet eine Kamera an und am besten, ihr macht einen Livestream auf YouTube, zeichnet die Öffnung live auf, so dass man auch wirklich seht, dass ihr das Punt ausschaltet und stellt den Livestream einfach nicht öffentlich. Der Vorteil bei diesem Livestream, man sieht exakt die Zeiten, wann was passiert und man hat das Datum und ihr könnt ja dann dementsprechend eventuell vielleicht nochmal, weiß ich nicht, irgendwelche aktuellen Nachrichten im Hintergrund laufen lassen, so dass man nochmal einen kleinen Beweis hat. Ich habe es unter Zeugen geöffnet, leider nicht dokumentiert und habe dann dieses Paket hier zurückbekommen. Ich habe das Paket mal geöffnet und hier ist der Originalinhalt im Paket. Wir sehen, das ist das Originalpaket, was ich dem Käufer zugeschickt habe und wir sehen, auch in dem Paket ist das Originalverpackungsmaterial, was ich verwendet habe. Als ich das Verpackungsmaterial rausgeräumt habe, war nicht mehr viel in dem Paket drin, bis auf Geldmünzen. Sehr verdächtig, sehr komisch. In dem Paket befanden sich einige Cent-Geldmünzen, 1 Cent, 20 Cent-Stücke, zusammengeklebt zu diesen zwei seltsamen Bändern. Das war's. Mehr war in dem Paket nicht drin und so habe ich das Paket erhalten. Jetzt war ich natürlich erst mal sehr perplex, was ist jetzt hier passiert und wollte das an Payball melden. Leider war der 27. verstrichen, was also bedeutet, ich habe eigentlich keine Möglichkeit mehr, das zu melden. Das Geld war eigentlich auch schon auf dem Rückweg zum Käufer und ich konnte hier eigentlich nicht mehr eingreifen. Jetzt habe ich mich natürlich mit der Situation nicht abgefunden und habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mit Payball in Kontakt zu treten. Das ist sehr, sehr schwer. Zumindest persönlicher Kontakt ist extrem schwierig. Ich habe es dann hinbekommen, nach ein, zwei Stunden harten Kampf, einen Mitarbeiter von Payball an das Telefon zu bekommen. Ich wollte gerne auch dieses Telefongespräch aufzeichnen. Der Mitarbeiter von Payball hat es mir aber verboten. Er hat widersprochen. Er möchte nicht, dass das veröffentlicht wird. Gut, DSGVO ist ein gutes Recht. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich konnte daher nur ein Gesprächsprotokoll anfertigen. Was ich aber sagen muss, der Payball-Mitarbeiter war sehr freundlich und hat mir sehr, sehr viele Dinge nochmal zusätzlich als Tipps mitgegeben und mir auch noch geholfen und einige Sachen noch erklärt, worauf ich zu achten habe. Als ich ihm dann noch die Bilder von diesem Paket zugesendet habe, hat er mir auch gesteckt, dass diese Methode nicht ganz so unbekannt ist. Diese muss im Internet kursieren, auf diversen Internetplattformen oder auch in TikTok-Videoformen, wo exakt diese Vorgehensweise als Tutorial angeboten wird, wie man zu betrügen hat bei Kleinanzeigen. Diese Methode scheint wohl auch direkt bei der Kaufmethode bei Kleinanzeigen zu funktionieren. Deswegen Vorsicht, also das Problem ist jetzt hier bei mir ein Payball-Problem, kann aber auch mit anderen Zahldiensten passieren. So, der hat mich auch dann auf die Idee gebracht oder mir erst mal überhaupt erläutert, was das hier sein soll. Wieso sind diese Münzen hier zusammengeklebt? Bin ich erst nicht drauf gekommen. Er hat aber gesagt, ganz einfach, wiegt doch einfach bitte mal die Münzen oder wiegt doch mal das Gesamtpaket. Und schon wirst du sehen, was ich dir damit sagen will, denn die Münzen sind wahrscheinlich das Gewicht der Kamera. Jetzt habe ich ja zum Glück mein Paket damals gewogen, bevor ich es zur Post gegeben habe. Oder normalerweise muss man es ja wiegen, man muss ja wissen, was man da verschickt, um den Versand zu ermitteln. Und als ich alles in das Paket hineingetan habe und das Paket so gewogen habe, siehe da, so hat dieses Paket fast aufs Gramm genau dieses Gewicht, was ich damals losgeschickt habe. Der Mitarbeiter hat mir gesagt, das ist eine gängige Praxis, da manchmal, wenn es zu einer Anzeige kommt, manche Kommissare, manche Polizeibeamten hier das Gewicht bei der Post, wenn es denn vorhanden ist, anfragen und so schauen, ob da schon irgendwas auffällig ist. Denn es gab Betrüger, die haben dann Pakete gekauft, die zwei Kilo gewogen haben und haben in dem Rückversand nur ein leeres Paket geschickt. Das hat dann nur wenige Gramm gewogen und da war dann natürlich klar, was los ist. Jetzt können wir auch mal schauen. Ich habe eine kleine Action Cam verkauft. Leider habe ich die Original Action Cam nicht mehr da. Ich habe sie ja nicht mehr zurückbekommen. Habe hier ein ähnliches Modell mir gesucht, was in etwa dasselbe Gewicht hat. Und hier können wir auch noch mal schnell auf meine Waage schauen. Wir nehmen hier diese Geldmünze und nehmen hier die Action Cam. Ich hatte eine Action Cam mit Rahmen und hier unten eines Befestigungsschuhes verkauft. Ich schalte mal die Waage ein. Die Waage lässt sich etwas schlecht ablesen, aber ihr seht, sie ist genullt. Und jetzt legen wir einfach mal diese Geldstücke, die in dem Paket waren, auf die Waage. Und wir sehen hier, wir haben hier irgendwas um die 170 Gramm. Und jetzt lege ich, wie gesagt, mal so eine Action Cam mit Rahmen hier drauf. Und wir sehen, wir haben hier 168 Gramm. Wie gesagt, das ist nicht ganz dieselbe Action Cam, aber das Gewicht kommt ziemlich hin. Das habe ich im Inneren noch mal nachrecherchiert. Also wissen wir doch, was hier läuft. Hier wurde das Gewicht der Kamera nachgeäfft oder nachge... Ja, erzeugt, sodass das Paket dann auch wirklich im ersten Moment den Anschein hat, dass die Kamera drin ist. Nun hat mir leider Paypal mitgeteilt, dass eigentlich der Fall schon so gut wie geschlossen ist und ich eigentlich kaum noch eine Möglichkeit habe, Eingaben zu machen. Ich habe den Mitarbeiter dann überzeugen können, den Fall noch mal für mich so weit es gehen zu öffnen, dass das Geld weiter zurückgehalten wird. Unter der Bedingung, der Mitarbeiter hat mir, hat von mir verlangt, dass ich Strafanzeige erstatte, was ich natürlich sowieso getan hätte. Und das habe ich dann auch getan. Und hierfür hatte ich auch einen sehr kurzen Spielraum. Das heißt, die Zeit läuft extrem gegen euch. Besonders das Erstellen einer Strafanzeige hat etwas Probleme. Ich wohne hier sehr ländlich und gerade jetzt sind viele Probleme. Es sind Streiks von diversen Lokführern, von den Bauernverbänden und, und, und. Das heißt, das Problem ist, eigentlich ist kein Polizeimitarbeiter da, der irgendwas aufnehmen kann. Zumindest kein Ortsbereichsbeamter. Was also bedeutet, ich müsste jetzt in die nächste größere Stadt fahren. Das heißt von mir über 40 Kilometer oder 38 bis 40 Kilometer. Das heißt, hin und zurück 80 Kilometer Fahrt. Dann habe ich bei der Polizei direkt angerufen und die haben gesagt, es gibt noch eine andere Möglichkeit, Anzeige zu erstellen und zwar über ein Online-Anzeige-Formular. Das müsst ihr mal googeln, wer für euch zuständig ist. Einfach mal das Bundesland von euch eingeben und Anzeige-Formular eingeben und so könnt ihr dann auch online eine Anzeige erstatten. Was ich bei dieser Methode nicht so schön finde, bitte achtet darauf, bevor ihr diesen Prozess startet, dass ihr alles zusammengesucht habt, was ihr braucht. Das heißt, schreibt den Tatsvorgang am besten vorher in ein Word-Dokument und somit könnt ihr ihn einfach direkt rüber in das andere Dokument kopieren und sichert die wichtigsten Beweise. Wichtig bei dem Online-Formular können wir leider nur sehr, sehr wenige Beweise einlegen. Bei mir waren es sieben Stück und diese Beweise müssen ein gewisses Format haben. Sie sollten am besten im JPEG-Format sein und sollten eine Seitengröße von 5000 Pixel auf keinen Fall überschreiten. Das könnte für viele ein Problem werden, wenn man fotografiert und so was. Neuere Kameras haben größere Auflösungsformate. Das könnt ihr nicht mehr hochladen und müsst erst vorher die Bilder bearbeiten. Das Problem, wenn ihr erst mal das Anzeige-Formular geöffnet habt, gibt es hierfür auch ein Zeitfenster, bis wann ihr das schließen müsst. Und wenn dann irgendwelche Angaben fehlen, wird das einfach nicht übernommen. Das Formular schließt und ihr könnt von vorne anfangen. Ich habe für das Aushöhlen des Formulars anderthalb Stunden gebraucht. Katastrophe. Also in der Hinsicht bereitet euch gut vor, wenn ihr das macht. Ich habe dann das Formular abgeschickt und man bekommt dann eine dementsprechende Fallnummer, vorläufige Fallnummer. Und diese kann man dann an den, ja hier in diesem Fall, Payball senden. Und hier bin ich jetzt an diesem Punkt angelangt. Wir haben jetzt den 9.1. Ihr seht, das ist doch schon wieder ziemlich Zeit verstrichen. Und bis jetzt habe ich leider nichts mehr von der Geschichte gehört. Das Geld ist weiterhin gesperrt, ist weiterhin nicht mehr quasi in meinem direkten Besitz. Ich kann nicht mehr darauf zugreifen. Und vom Käufer habe ich so gesehen auch nichts mehr gehört. Das heißt, das ist der aktuelle Fall. Ob ich jetzt mein Geld wiederbekomme, steht immer noch in der Schwebe. Das muss man immer noch klipp und klar dazu sagen. Hier gibt es keine Garantie, konnte mir der Payball-Mitarbeiter auch nicht garantieren, dass ich das Geld auch wirklich wieder zurückbekomme. Er hat mich dann auf die Polizei verwiesen. Allerdings muss ich dazu sagen, da ich schon verschiedene Anzeigen in den letzten 20, 30 Jahren erstellt habe und eigentlich bei Anzeigen, die sich in diesem Geldwertbereich, sagen wir mal so 100 bis 200 Euro bewegen, passiert meiner Meinung nach nicht besonders viel. Hängt ein bisschen auch daran, welcher Beamte das bearbeitet. Aber das sieht eher schlecht aus, dass ich hier mein Geld wieder sehe und die Kamera habe ich auch nicht bekommen. Nichtsdestotrotz habe ich auch noch die zusätzlichen Versandkosten bezahlt. Die sind natürlich auch futsch und das ist der Fallstand jetzt. Jetzt würde mich mal wirklich interessieren, ihr habt jetzt den Fall geschildert bekommen von mir, wie ich ihn erlebt habe. Jetzt würde mich wirklich mal interessieren, habe ich hier irgendwas übersehen und werdet ihr auf diese Geschichte auch hereingefallen. Jetzt lassen wir einfach mal diesen Auslandsfakt einfach mal außen vor. Das kann dir natürlich auch oder kann euch natürlich auch im Inland passieren. Wäre euch das auch passiert, werdet ihr hier auch drauf reingefallen oder nicht. Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Wenn es hier noch irgendwelche spannende Neuentwicklungen gibt, werde ich euch das vielleicht nochmal nachreichen. Im Moment, wie gesagt, ist alles in der Schwebe. Seit dem 1. Dezember warte ich auf mein Geld. Die Kamera habe ich nicht mehr. Das ist Stand heute. So, ich habe euch damit jetzt über dieses Problem aufgeklärt. Hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen und euch hier auch mal briefen, und dass euch sowas nicht passiert. Hier auch nochmal eine Bitte, weil früher oder später, ich weiß, dass meine Videos dann dementsprechend auch von den einzelnen Portalen gesehen werden. Hier auch mal eine Bitte an der derartige Zahlungsdienstleister, sei es Paypal, sei es Kleinanzeigen oder sei es wie auch immer sie heißen. Ich weiß, dass ihr auf Kundenwerbung seid und ich weiß, dass ihr auch sehr stark diesen Käuferschutz als Werbeträger verwendet und auch sehr stark sozusagen diesen Käuferschutz hervorgebt und somit dementsprechend auch sehr käuferlastig entscheidet. Das haben ja auch schon viele Verkäufer jetzt mittlerweile mitgeteilt, dass es eigentlich sehr, sehr schwer ist, wenn hier der Käufer irgendwie Einspruch erhebt, dementsprechend sein Geld wieder zurückzubekommen. Bitte überarbeitet vielleicht nochmal eure Methoden, wie ihr arbeitet und schaut vielleicht auch nochmal, ob ihr hier vielleicht andere Mechanismen einführt. Besonders habe ich auch mit Payball damals das schon nochmal angeregt. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ich ein leeres Paket oder ein Paket mit nicht korrektem Inhalt zurückbekomme? Sowas kann ich ja eigentlich gar nicht mehr melden. Der Fall ist geschlossen. Ich habe Pech gehabt. Es wäre wirklich schön, wenn ihr hier diesbezüglich auch nochmal eventuell irgendwelche Mechanismen einfügt, dass dann der Verkäufer wenigstens noch eine Chance hat, sich hier auch nochmal zu wehren. Dann ein kleiner Funfact noch hinterher. Ich habe dann natürlich wieder mal eine weitere Aktion bei Kleinanzeigen gestartet, war auch noch recht sauer und habe dann in diese Auktion hereingeschrieben. Aufgrund der Tatsache, dass ich schon öfters mal auf Betrüger hier auf diesem Portal hereingefallen bin, bitte keine Paypal-Zahlung mehr oder dementsprechende Zahlungen mehr. Das hat natürlich sofort dazu geführt, dass meine Aktion gesperrt wurde auf dem Portal. Und ich hatte dann auch gefragt, warum sie gesperrt wurde. Es wurde gesperrt wegen sehr unsauberer Formulierungen oder Hassreden oder sowas. Also ich sage mal so, wenn ich darauf hinweise, dass ich schon mal reingefallen bin, ist das eigentlich die Wahrheit. Aber hier seht ihr auch, dass die Portale da sehr, ja wie soll ich sagen, sehr unschön darauf reagieren, wenn man darauf hinweist, dass das passiert. Um euch mal ein paar Zahlen mitzugeben. Ich verkaufe sehr viel über dieartige Portale und bei mir sieht es im Schnitt so aus. Wenn ich zehn Verkäufe inlandtechnisch tätige, habe ich mindestens ein bis zwei Ausfälle dabei. Mit Ausfällen meine ich entweder Leute, die meckern und Teilbetreiche zurückbezahlt habe oder ganz und gar den Artikel wieder zurücknehmen musste oder ganz und gar den Artikel und das Geld verloren habe. Wenn ich Auslandsgeschäfte tätige, passiert das häufig öfters. Anders ausgedrückt, ich werde mich wirklich auch von diesen Auslandsgeschäften mittlerweile mehr als distanzieren. Ich bin einfach zu oft schon darauf reingefallen. Bei Personen, die aus dem Ausland kommen und Artikel kaufen oder verkaufen wollen, liegt bei mir die Rate bei 50%. Das heißt, 50% der Leute sind entweder Betrüger oder haben zumindest nichts sauberes vor. So, das wäre es dann auch im Großen und Ganzen zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder mal weiterhelfen und einige Tipps geben. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr noch mehr in meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Ich sage mit Tschüss,